so leute ich schwitze mal wieder hier um oder der reichlich zur stunde zehn jährige treibt zwölf Stunden Posture Baudelbaum so leute das ganze schloss ich gehe nur schnell Power Ups holen na klar Bierhuhn machen wir jetzt er hat es noch 14 Stunden keine zwölf sieben zwei Stunden mehr ich wollte sie besießen ich ziehe 24 diesmal durch die zehn Stunden halb fragt man ob man den Teimer hier auch bis 100 hoch gehen lassen kann ich hatte mal in 24 Stunden steamer den hatte ich irgendwann abgebrochen mitten in der Nacht so nach 16 Stunden er wird eiskalt durchgezogen das und mir ging die spielers für die leute immer was anderes sehen wollten schatten den genauen plan und das hat auch alles wunderbar geklappt dann habe ich ein spiel gemacht das hat an dem man kein interessiert da wollten alle was anderes noch bis geändert mir so so sehr auf dem Plan gekommen ist nachdem man muss euch machen und zu müde wurde und dann gegangen bin das war mir doch gar nicht erst angefangen wird nur nichts machen ja der heutige Plan der ist Prozent eine Welt nach der anderen so lange bis ich überhaupt nicht mehr weiterkommen und das Leben ist so sehr festet das ist überhaupt nicht mehr geht in dem man spielen wir dann irgendwas anderes worauf ihr dann halt Bock habt auch bis zu mir sollte morgen die Menschen zwei Bewerber kommen aber keine Meldung von Amazon gekriegt dass irgendwas wird drei neue E-Mails gut jetzt pläne er muss dann beistet über ein paar stündchen Prozent 6 kommt dafür ganz gut in Frage für dieses Verzweifeln auch gottes kann was werden zwischen den Schuh verloren super so ein bisschen zu früh erwünscht noch mal Krieg ist mir das egal ich habe den ersten Exit geschafft haben sie mit Exit gehabt oh bitte kommt schon einmal geht noch das Ex Luftschiff habe ich schon gesehen das Ex Luftschiff ist ein lustiges Level das ist voller Kanonenkugeln das ist voller Kanonenkugeln das ist voll lustig ich kann mir vorstellen dass du mir gerne den Stinkelfinger zeigen würdest ich kann es auch ich habe die Rap kein Mann also guckst du den Stream gerade überhaupt natürlich deswegen bin ich auf deine Reaktion noch immer so gespannt das mit der Flasche war echt nicht nötig das war nötig das ist ein das ist ein das ist ein Gipfel haben wir das ist ein Schlampe in den und zufrieden um es war etwas hat man das gehört jetzt das klang als jemand unten irgendwas verschoben wie ein pult oder so ja weit fahren lassen junge leute rettet euer leben das ist mein mächtiges organ alter so hammer ich habe mich schon lange mal gefragt wenn man es durch hört aber jetzt habe ich den ton getroffen das klang als hätte jemand das pult verschoben um das stort spiele dem aufgestellten ein wenig genauer gegen schienzler ein machen millionen oder ob sie damit 499 ab und spiel weiter um ein geradelt was um 612 acht Stunden ich hab mit 74 angefangen das ist eine tolle bilanz um hoch ich überlege jetzt noch ob ich selber noch mal streamen soll ein kleines Spiel gestern wenn ich etwas Musik drauf war ich hab die Datei gestartet die schon drauf war die dritte die hatte 76 absolut hat erst zwei Level gespielt die ich ja eh schon geschafft hatte also 76 waren das nicht 79 ich hab ja ein bisschen aufs Spiel noch etwas gemacht gehabt und vor allem für die Ankündigung ich hab ja so eine Ankündigung gemacht für den live-team hier der hatte ja auch eine Ankündigung auch mehr Sachs nicht die Fachgruppe ist wieder ganz kaputt wie wir das kaputt machen wie das kaputt machen ich hab ja alles auf dem PC drauf dann sagt er das ist die offizielle die offizielle Version das ist die offizielle Version es gibt es kann dies Video die stunden da gehen das sagt die Souten es ist doch lustig wir haben Spaß Stipps Leute ich hab leicht die das wer süße sind st das Kummer 24 Stunden zackt deshalb sollte er auch schon gute zehn Stunden dabei damit ich auch bedanken und so sehr kann es nicht zacken mein Gebrühen muss ja lustig genug sein damit ihr hier bleibt die geist auch bis zu die doch Sto hat in den Bucherschnitt 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13 12 10 11 12 14 14 14 15 15 17 15 20 15 Sturb! Auf jeden Fall muss ich euch hin Ich sag's zwar schon oft aber stand mir echt, dass sie sollen dran geblieben sind das Abo Special ist es besser geworden als es jetzt gedacht hätte ich mein es ist ja eigentlich was für euch dieses Abo Special und das ist auch so viele genießen und da mitmachen, das finde ich richtig genial nichts zu danken extra nur für dich ich seit fünf Stunden weil ich mich verkriegt habe, du hast mich in deinen Bonn gezogen Oh, das habe ich aber auch gern gemacht Fressen und so können wir weiter Justin Du hast heute schon zwei Timeouts gekriegt, willst du noch einen? Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Awee! Nein, es wird niemals Justin reden, nie zu irgendwo das heißt ich mach ihn mir schlecht Du bist zwölf! Kappa sie ist zwölf, das glaube ich dir irgendwie nicht Ha! Wenn das wirklich ist, dann muss ich sagen, die heutige Jugend ist echt verdorben Wieso denn? Kappa sie ist cool! Wir als Kinder haben damals nicht solche Fremdwörter benutzt Ich schon Du gehörst noch zur New Generation, I'm the Old Fashioned Ich bin 96, ich bin N64 92 Bitches alter, das ist das wahre Jahr Und das ist das Old School Classic, Alter, herangreift, Alter, der beste, beste Jahrgang, wie es gab, ey Wir, Alter, wir sind die Zukunft, wir unterhalten euch Wir tun euch die neue Bildung bringen, Junge Okay, du wirst auch die neue Bildung mitbringen, halbwegs Und ich bin tot Und ich bin tot Wie ich hab einen vergessen Was ist los, was hab ich vergessen, ich hab was vergessen, das ist nicht gut, ich bin hier gestorben So, und ich mach meine Musik an Ich glaub das hier, das ist safe und quitscheiße Watt es muss ich das so Schau ein Gumbach für auch, Gott Na gut, erst gestorben bin Was nehmen wir den Rheinblick Ich weiß, dass das Level langweilig wird, es kommt auch nicht so langsam an, wir sollten fast los sein Der Ton ist weg, Leute Und, äh Oh, rufen wird ewig für Welt 15 brauchen denn ein Stern, da besteht aus puren Wandsprüngen, er wird sehr viel Spaß damit haben Mit den vielen Sequenz an den Wänden Und, ähm Und, äh Und, ähm Und, ähm Und, ähm Und, ähm Und, ähm Übertreib's jetzt nicht Kapazität Du bist 12 So was darfst du noch nicht sagen. Ja, er könnte ruhig durchgehen. Das ist ja nicht das Problem, aber er könnte dem nicht helfen, Wandsprünge zu machen. Ich habe gesehen, wie er Wandsprünge macht. Er ist nicht gut da drin. Die Ladezeiten sind ganz schön, die Ladezeiten von Cooper Island sind schlimm. Ein 12-Jähriger hat noch nicht das Recht über Weiber zu reden. Behind! Oh Gott, das war knapp. Ich bin Faust Sipcin, Sachsen, und du bist 14 und es holt die Fresse. Was sagt die dazu? Ich werde 21. Du bist zu alt, du hast kein Recht mehr mitzureden. Ha! Der Opfer hat hier kein Wort. Ich bin old school, old fashion, wie auch du noch. Ja, ja. Sucht man andere Wörter für alt. Ich bin ein altes Relikt. Vielleicht war es kaum. Wenn es nicht, der Pilz ist schwul. Feuerblum ist auch schwul. Eisblum ist auch schwul. Einmal geht, einmal geht noch. Ah, der Tannok geht noch gut. Hallo. Drugs und Drägerys und Apple. Der Bad Intruder hat die Kinder als die Wife. Wenn ich mich interessiert, was ich für Musik höre, kann ich gerne meinen Stream rein schauen. Die Streams. Schöne Werbung. Ja, ein Late Night Stream. Run into that, run into that, run into that, run into that, homeboy, home, home, homeboy. Dumb, you are really, 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 so dumb. So dumb, so dumb, so. Oh, I'm a nigger, bitch. Come and confess. Oh, I'm a nigger. Okay. Okay. ich will wir schon 5 Uhr nachts haben werde ich ich wäre schon froh mit einem das ist es schon so wenn ich noch einen hätte um 5 Uhr wird wenn ich wollte könnte zu der Tür dahinten gehen würde wenn das irgendwas bringen ob die ist die wie er erhältlich ist in leiten Park ein bisschen wie es mal vor auch so die sind ausgaben das will mir nichts bringen es ist aufgepasst gespürt jetzt bin ich im Arsch aber ich bin gefickt ja ich bin immer noch im Geisterhaus Homeboy und der Kitzel und die Produkte die Pumult überlegt es mir das Ziel jetzt dahin zu setzen was wird schlangenweilig wird für euch so ich habe kein Problem jetzt ich habe kein Problem das Geister so bestätigt zu machen nicht geschafft hätte aber für euch wird das auch bestimmt langweilig warum hast du nichts gelernt um guck dir den Dieter an den Dieter er hat sogar ein Auto Oker Prodienst und jetzt hat noch einen Versuch machen wir es so nicht schaffen es ist ganz zitieren und werden die Werkstatt er gibt die Festanstellungen nur ihn darum bilden Prozent Junge Prozent und bitte auf Sieg Alters Kostik singt bitte auf ich kann sie in Wurzenein Kassel 16 deine Mutter kann ich sehen eine Ahnung und jetzt mal aus Kälte letzter Versuch wenn ich das nicht schaffe dann um den Stieten weil sie mich erst wieder nennen zwar einfach zu langweilig wird das Leben von Privatmann spielen aber nicht im Livestream und die einzuschreiben werden einmal noch was doch früher so für Tiere interessiert wäre das nicht für die okay als eine eigene Praxis Achtung für Geist aber es ist auch genug die drücken wir schon die Ohren weg so lange du jetzt ist Super Mario 128 auf der Struktur eingibt auch den Glitzkennig der School und du warst so ein süßes Kind ha 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 kappa sie danke her ha 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 hä hä danke Stern, Stern, S-T-E-R. Guitar Hero 3, offizieller Profi-Spieler, Amaka. Schon an Turnieren mitgespielt. Swag. Bin aber auch mal folgen Guitar Hero 3. Die hallo die Wurzeln so leute jetzt mal ich dass er in den Speed und ich mache es schneller als der Entwickler wird gesehen niemand kann das Level so gut wie ist heute es gibt es ein Speed warm die Wurzeln die Wurzeln Jo, macht das! Lieber und ich war, tun uns schon irgendwie amüsieren! So, niemand kann das Level so schnell abschließen. Niemand, ich bin der Besten da drin! Voll das Kilo! Na, Ligo, erzähl mal. Was los? Lichtlo... 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 nicht die Lecke das klingt böse ich habe gedacht du bei Monster Hunter auf die auf die Doppelschmerz aufzugegriffen bist wie ich was zum Teufel wo ist die Musik in dem Level für keine Musik die Idee ist irgendwie gut das ist das wenn man in den kleinen Fenster spielen was in Prozent SMB am Anfang ist dieses Prozent preview Fenster vom Level was wird man in diesem Spiel ist nicht gerade ganz stabil ist das Bombencoupers ersten Bombencoupers das ist jetzt diese dumme Musik die einfach die zugeführt wird bei dem Roller war die Lava sieht man aber auch auch ich muss man schon wegschmeißen du bist böse ich brauche die Doppel die König Ludwig 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 um die Wasser heute für die Erweiterung damit meine Chefsense weg sind aber noch weiter gespielt nach dem Rön Abschied kommt Drogenkuber die Kuba auf Crack die Kuba auf Crack kommt zurück ja da ist er der Kuba auf Crack Störbtachers und Bullies vergessen denn denn gut 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 nein X so warum es sein der Blume ich muss den Kurupeko noch fangen, den König Lutrot das freut mich hier ist nix rechts da oben vielleicht ah, da ist er wie komme ich da runter und wieder hoch? Bro Juts ja, wie komme ich da wieder hoch? ah, ok clever ich habe in die andere Seite geworfen jetzt 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 ist es noch lustiger jetzt sind wir überhaupt nix mehr in Midway Point Seen jetzt jetzt und jetzt 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 Nenni jetzt kommt man liebt keine dies das Ding ist schwer Super Metroid ich hab Super Metroid noch nie gespielt wir haben es nicht Leute ganz ehrlich ich brauch eine Pause von dem Spiel habt ihr irgendwelche Vorschläge was ich noch spielen könnte später war es noch nicht später war ich wahrscheinlich weiter besprochen ist die Pause von dem Spiel